Hey Leute und willkommen zurück zu Steel Division 2, Phase 2 der Beta heute und zwar beginnt die, hoffentlich heute, wenn das Video rauskommt, am 4. April um 15 Uhr und geht meines Wissens nach bis zum 8. April, da habe ich mich diesmal sogar vorher informiert, haha, und wir schauen uns heute ein bisschen mal an, was denn in Phase 2 alles neu dazugekommen ist und ihr seht es quasi schon hier direkt im Menübildschirm, wenn ihr reinkommt, beziehungsweise nicht wenn ihr reinkommt, denn dann müsst ihr es wahrscheinlich erstmal umstellen, wenn ihr vorher schon gespielt habt, das gibt es jetzt auch auf Deutsch. Also vorher konnte man hier bei Sprache, glaube ich, nur Englisch auswählen und ich weiß gar nicht, ob Französisch auch, weil die Entwickler kommen ja aus Frankreich, aber mittlerweile gibt es eben auch Deutsch, Spanisch, Polnisch oder ist das Russisch? Ich habe keine Ahnung, es ist auf jeden Fall Kyrillisch und Japanisch, denke ich mal. So, ähm, also für diejenigen von euch, die das Ganze auf Japanisch spielen wollen, ihr habt jetzt auch die Chance dazu, aber das soll natürlich nicht, ähm, hier der Kern des Videos sein, sondern wir haben jetzt bei den Kampfverbänden etwas Neues, wir haben nämlich zwei neue Divisionen und zwar zum einen, auf der russischen Seite, die 26. Garde, äh, Starekowi berichtigt mich, falls ich falsch liege, aber ich glaube, das heißt einfach nur Gewehr, ja, also es ist, äh, quasi eine Infanteriedivision, eine Rifledivision, eine Querdivision, wie ihr auch immer es nennen wollt und auf der deutschen Seite haben wir die 78. Sturmdivision und wir sehen es hier auch quasi an den Icons schon, wir haben hier eben zwei Panzereinheiten, die fünfte Panzer und die zweite Garde-Panzer und das, äh, sieht nach einer Infanteriedivision, also nach einer Gewehrdivision, ja, und das sieht so ein bisschen nach, ähm, mechanisiert, motorisiert oder mechanisiert, äh, Infanteriedivision aus und wir gucken uns die ganze Sache auch mal an, aber bevor wir anfangen, vielleicht könnt ihr mir da helfen, ähm, ich habe gesagt bekommen, man kann jetzt, äh, irgendwo, ähm, verfassungsfeindliche Symbole ausstellen, denn ihr seht's hier hinten im Hintergrund und hier und sowas, aber wenn ich jetzt in die Option gehe, ich hab keine Ahnung wo, also ich denke, ich, also, äh, ich seh's nicht, vielleicht überseh ich das, vielleicht könnt ihr mir das unten in den Kommentaren schreiben, wenn ihr's gefunden habt, äh, ich persönlich, ja, gut, äh, meine Güte, YouTube hat da was dagegen, ich hab schon, ich glaube, kein einziges Mindersteel-Division, äh, zwei Videos ist im Moment monetarisierbar, weil YouTube da einfach gesagt hat, nope, wie kannst du nur, also gut, ähm, wir gucken uns heute die Division erstmal ein bisschen an, bevor wir dann, ähm, im, im nächsten Video, denke ich, weil sonst wird das zu lang, ähm, dann die neuen Karten ausprobieren, denn kleiner Teaser, es gibt neue Karten, so, wir fangen aber direkt an mit der 78-Stunden-Sturm-Division und, da sehen wir schon, das sieht auf jeden Fall eher infanterie-lastig aus, wenn wir uns die Punkte angucken, mhm, ja, wenig Panzer tatsächlich, gucken wir uns gleich genau an, sehr viel Unterstützung, sehr viel Panzerabwehr, also da eben auch der Fokus auf die, auf die mechanisierte Division, weniger auf die Panzer, eher auf die Panzerabwehr und sowas, okay, kommen wir gerade zu den Einheiten, weil ansonsten labere ich hier noch stundenlang einfach so rum, ähm, haben wir hier irgendwas Neues? Da hatten wir, glaube ich, alles schon vorher, den Panzer T-26, also hier ist tschechisch, wenn ich mich nicht, kann ich mich auch irren, Umbaufahrzeug auf jeden Fall, ähm, aber ansonsten nicht wirklich was Neues, sehr wenig Slots für Aufklärung tatsächlich, dafür, dass es eine Infanterie-Division ist, und dann kommen wir eigentlich zum Kernstück der Division, denke ich mal, zumindest, äh, okay, Feld-Gendarmerie ist, denke ich mal, schon, ist, glaube ich, schon direkt neu, nicht viel auf jeden Fall, günstig, und eigentlich ganz, ja, mit vier Maschinenpersonen, so ein kleiner Strohstrupp, meine Güte, gestern, was haben wir denn für Fahrzeuge? Uh, was haben wir denn hier? Schön! Der RSO, wunderbar, auch mal drin, ja, ich weiß nicht, ob der bei den größeren, warte mal, wenn ich mir jetzt hier so Ersatztruppen, da gibt's ja wahrscheinlich nicht, ach, die Ersatztruppen gibt's nur im Opel Blitz, haben wir hier noch was anderes, wo es dabei sein kann? Ja gut, die kleinen Trupps, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, ja, hier so ein größerer Trupp, tatsächlich auch, passt hier da alle rein? Wie viele Leute sind das? Äh, drei mal vier, okay, die passen alle rein? Okay, alles klar, ähm, etwas andere Infanterie als die, die Panzerdivision, aber gut, war, war abzusehen, ähm, gleich, ja, was ähnliches haben wir jetzt auch schon beide anderen, es waren halt, äh, Panzergrenadierführer, nicht Begleitführer, ja, okay, aber, wenn ich das hier richtig sehe, ha, 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 wir haben MP44, oder je nachdem, wie ihr es nennen wollt, MP44, Sturmgewehr 44, schön, okay, krass, dachte ich jetzt nicht, dass das hier schon mit reinkommt, weil ich mein, ich mein, das Spiel spielt jetzt im Sommer 1944, aber ich hab jetzt tatsächlich nicht erwartet, das Sturmgewehr 44, oder die Maschinenpistole 44, hier jetzt schon so früh im Spiel zu sehen, ich dachte, hier wird dann, was weiß ich, dann irgendwann bei so einer Spezialdivision später vielleicht mal hinzugefügt, aber jetzt grad schon, zweite deutsche Division, die wir haben, und wir haben hier grad das, das Maschinengewehr des Zweiten Weltkriegs, äh, okay, also, das Sturmgewehr, nicht das Maschinengewehr, das Sturmgewehr des Zweiten Weltkriegs, ja, cool, Reichweite ist nicht so geil, 300 Meter, Zielgenauigkeit 70%, okay, ist komischerweise besser als vom Karabiner 98, äh, okay, wollte ich jetzt meinen, dass das anders wäre, weil ich, ich hab, ähm, im Grunde genommen schon mal den, den, den Nachfolger des, äh, der MP44, das G3 geschossen, und den Karabiner 98K, und ich muss sagen, der Karabiner 98K ist definitiv präziser gewesen, ich weiß jetzt nicht, wie es korreliert zur MP44, aber, mh, dass die Zielgenauigkeit da größer sein soll, als beim Karabiner 98, wage ich so zu bezweifeln, ich weiß nicht, vielleicht hat hier jemand von euch ja an der MP44 schon mal geschossen, in real life quasi, aber, kommt mir ein bisschen suspekt vor, okay, machen wir weiter, hier nichts Neues, da nichts Neues, Begleitgrenadiere, ja, ist wahrscheinlich das, oh nein, nein, ist nicht dasselbe, wie die Panzergrenadiere der anderen Division, holy crap, was geht denn hier, wir haben hier ne, 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 ne ganze, ne ganze Truppe, bewaffnet, mit 8 MP44, 3 G4, äh, 43, und nem MG42, wow, okay, die machen, wunderbar Damage, würde ich sagen, werden wahrscheinlich auch mit ihrem, ähm, mit dem, mit dem, mit der MP44 hier gut durch die Munition durchfressen, weil, der, der ganze Trupp hat nur, 1440 Schuss, mit ner Feuerrate von 685 Schuss, die Minute, wow, okay, ähm, bestimmt super für Häuserkampf, bestimmt super für Kämpfe in, in Waldgebieten oder sowas, nicht so geil fürs offene Feld tatsächlich, aber, sehr, sehr nachschubbedürftig, und hier natürlich mittendrin noch das MG42, ich meine, das eine MG42, hat, lustigerweise eine geringere Schussrate, was geht denn hier, also vielleicht, ja, man gut, man weiß ja nicht, ob die ganzen Daten hier schon, schon final sind oder sowas, aber das MG42 hat eine geringere Schussfrequenz als das MP44, oder wird das, wird das gestackt, warte mal, äh, wo haben wir, wo haben wir noch MP4, ja, hier, okay, wir haben jetzt zwei MP44, die haben nur Feuerrate von 171 Schuss die Minute, okay, da haben wir eine MP40, das, okay, ja, gut, dann, wird das einfach aufeinander gerechnet hier, also quasi müsste man die Feuerrate der MP44 hier durch acht teilen, weil acht Leute das MP44 haben, und dann kommen wir da auf, äh, unter 100 Schuss die Minute, okay, ja, gut, das, das passt dann eher, okay, alles klar, ähm, was haben wir ansonsten, Pioniere, nichts Neues, wirklich, Sturmpioniere auch nichts Neues, wahrscheinlich auch mit, ja, auch mit Flammenwerfer, wunderbar, Schützenführer, MP44, Karabinacht, 90 nicht so besonders, außer dass sie Anführer sind, Bewährungstrupps, ah, sind das hier, ja, 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 ich weiß ja nicht, wie das, wie das hier sein soll, ob das tatsächlich, ähm, Unterstützungseinheiten sind, oder ob das, äh, quasi, ähm, wie nennt man es, ähm, ja, unter, ähm, nicht verbündete Einheiten, aber ihr wisst schon, was ich meine, der auch wirklich, denke ich, ähm, die sind mit Mosins bewaffnet und mit, mit russischer Ausrüstung quasi hier komplett, sind die auch, nee, die sind gar nicht mal so günstig, wenn wir uns die im Vergleich angucken zu den, wo waren sie hier oben, hab sie schon wieder vergessen, Begleitgrenadiere, äh, das scrollt so komisch, ähm, 35, ah, ne, die sind gar nicht mal so günstig, ich meine, gut, die Begleitgrenadiere hier, die, äh, können wir sowieso, nur in, erfahren oder Elite, auch nur in Phase, A und Phase B, wieso nicht in Phase C, ich meine, die würden sich doch super auch für Phase C eignen, aber gut, okay, warte, die gehen auch nicht in Phase C? Ihr geht in Phase C, schützen, ah, okay, die sind einfach nur hier, die, die typischen, was bei, beim anderen Trupp hier quasi die Panzergrenadierer, nur halt eben mit einer Panzerabwehrgranate und nicht mit, ähm, einer Panzerfaust oder sowas, aber das hier ist quasi der, der Panzergrenadiertrupp von der anderen Division, die schützen hier einfach nur, oh Gott, das wird, das wird super weird, sich das zu merken, weil im Grunde genommen, ja, Panzergrenadiere und, und Schützen haben, ja, im Grunde genommen eine andere Ausrüstung, aber, ja gut, heißen hier anders, am anderen, ach, ja gut, müssen wir gucken, Sturmschützen, was habt ihr, ihr habt, 13 MP44 und eine Panzerfaust, wow, okay, krasser Scheiß, kann man euch, ach, ich kann man ja gar nicht hier, wieso kann ich hier das Sonderkraftfahrzeug 11 auswählen, wenn ich es gar nicht auswählen kann, ich meine, ich kann RSO auswählen, aber nicht hier unten, mh, meh, ach, schade, kann ich euch hier woanders reinsetzen, ja, euch kann ich hier reinstellen, ach, ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass man hier, weil es ist eine Infanteriedivision, dass man hier vielleicht sowas hier, da hinsetzt, das ist Sonderkraftfahrzeug 251, mit einem Maschinengewehr obendrauf noch, weil dann hätte man die ganze Infanterie vielleicht noch direkt mit Fahrzeugen unterstützen können, aber wenn hier die, also mehr als die Hälfte der, der, der Division quasi, oder des, des Kampfverbands hier, nur mit so, so Trucks daherkommen, also nur mit so Lastwagen, äh, schade, hätte ich mir, mehr mechanisierte Unterstützung gewünscht, schade, okay, ähm, Begleitpioniere noch, pff, alter, MP44 auch wieder, und G43 und leichtes MG und, geballte Ladung, die große HE-Granate, okay, ähm, super starke Infanterie, also zumindest im, im Nahkampf, im Fernkampf jetzt nicht so wirklich, weil die Reichweite einfach nicht gegeben hat, gerade hier bei, bei, bei Schützen oder, oder Sturmschützen hier besonders, ja, maximale Reichweite, da hast du hier nur 300 Meter, das ist nicht viel, das ist gerade in Steel Vision 2 nicht viel, aber, wenn sie dann mal da sind, oder wenn sie in Häusern sind, oder in, in Wäldern oder sowas, dann sind sie schon recht, recht stark, und, oh, oh Gott, okay, kommen wir zu den Panzern, da haben wir echt nicht viel, eigentlich kann man das noch nicht mal hier als Panzer sehen, ich meine, das sind einfach nur Sturmgeschütze, bei anderen Divisionen wäre das bei der Unterstützung drin, nicht bei Panzern, okay, also, hier hast du tatsächlich nur Auswahl zwischen, Stuck 3s, und Stuck 3s, mit einem Führerbonus, mhm, okay, ja, müssen wir schauen, was die, was die Russen da, auf der anderen Seite haben, um da einen Vergleich ziehen zu können, aber das, ist doch, gerade an der Ostfront, sehr, wenig, ich weiß nicht, wie das dann im Gameplay läuft, weil gerade auf der Karte, die wir jetzt schon kennen, die ja sehr offen ist in der Mitte, sehr weit und sowas, weiß ich nicht, ob die Division da, überhaupt, valide ist, dass man die da überhaupt hintut, also an den, an den Flanken, ja, im Wald, oder im Gebäude und sowas, ja, aber in der Mitte, mhm, nicht so wirklich, kommen wir jetzt Unterstützung, Flammenwerfer, IG-18, alles nichts Neues, schweres Maschinengewehr, 42, Opelblitz, Munition, und der RSO mit Munition, kein Mautier diesmal, die Haubitze, wunderbar, auch nur 150 Millimeter, ähm, können wir sogar mehrere holen, gerade in Phase A schon, je nachdem, wie erfahren wir sie machen wollen, 2000 Meter Reichweite, also quasi so viel wie ein Panzer, dafür etwas langsamer, ähm, Kommandant, ja, alles nichts Neues, Befehlspanzer 2, auch nur in Phase B verfügbar, ach du Scheiße, also den müssen wir tatsächlich super weit hinter der Frontlinie zurückhalten, sonst wird der einfach weggeballert, von allem möglichen, können wir vielleicht in abgeschlossenen Gebieten so als, als Infanterieunterstützung benutzen, ich weiß auch gar nicht, wieso der überhaupt mit AP geschossen kommt, eine Durchschlagskraft von 45 Millimetern, das reicht vielleicht für Trucks, aber das reicht für keinen Panzer im ganzen Spiel, okay, und dann noch die Stuck 3F, auch als Führungsvariante, ja, was die Unterstützung angeht, jetzt auch nicht so umwerfend, ich hoffe, dass es reicht, ja, man kann sich hier so einen Kommandanten zur Infanterieunterstützung holen, vielleicht so ein Befehlspanzer 2, wenn einem die Kosten nicht zu groß sind, weil 110 Punkte für einen Panzer, für einen Befehlspanzer, da kriegst du ja schon einen richtigen geilen Kampfpanzer für in anderen Divisionen, ich weiß nicht, wie viel kostet die, 70, ja gut, okay, kommen wir zur Panzerabwehr, und ich hoffe, da haben wir jetzt ein bisschen was Besseres stehen, und ich sehe schon, da unten haben wir die Schnuckelchen, fangen wir aber erstmal oben an, ja gut, ich weiß nicht, ob ich dich irgendwann mal einsetze, 28 Millimeter, ja gut, Durchschlagskraft ist trotzdem 100 Millimeter, lauter Tabelle hier neben, aber weiß man ja nicht, ja, weiß man ja nicht, wie man der so vertrauen kann, vielleicht am Anfang, wenn es darum geht, irgendwelche Sachen zu verteidigen, ich meine, 25 Punkte pro Karte ist nicht viel, aber Reichweite auch nur 1000 Meter, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, dann die typischen Panzerschreck- und Panzervernichtungstrupps, Splage-Dönsen, Marder 2 haben wir wieder mit dabei, warte mal, hatten wir das letzte Mal nicht Marder 3, aber ist auch Marder 2, aber verwechsel ich da irgendwas, egal, dann kommen wir zu Pack 40, und da fangen wir jetzt direkt schon an, mit den guten Panzerabwehrkanonen, da würde ich mir tatsächlich dann, ja, ich meine, anstelle von den, anstelle von den zwei, oder, nee, anstelle von den sechs günstigen, ähm, hier 28 Millimeter geschützten, würde ich mir tatsächlich lieber zwei richtig gute 75er hinstellen, weil, ja, 2000 Meter und die, ja, die guten Geschosse und alles, ja, finde ich tatsächlich schon ein bisschen geiler, gerade auch in Phase A, dann direkt mit 2 dahin, ja, gut, mit der Erfahrung muss man dann gucken, aber, ja, bin ich eher ein Fan von, so, gehen wir rüber, ein Nashorn, wunderbar, mit der 8,8 oben drauf, da kann man, glaube ich, auch nicht so viel falsch machen, aber dann eher wahrscheinlich in Phase B oder Phase C, wenn man auch ein bisschen mehr von hat, weil in Phase A kann man, ja, da kann, in Phase A kann man sich nur einen mit, mit null Erfahrung quasi hinstellen und dann ist es auch nur einer und dann hat man sich den Kartenslot da weggespampt und sowas und ich weiß nicht, ob die 8,8 da direkt in Phase A auch notwendig ist, hm, ja, das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu viel für Phase A, aber in Phase B, Phase C, warum nicht? Und dann, natürlich, ihr habt drauf gewartet und da ist das gute Stück auch, diesmal nicht in der Flugabwehrvariante, ich weiß nicht, ob sie die mittlerweile gefixt haben, dass sie auch mal feuert, aber diesmal in der PAK 43 Variante, ähm, auch 2000 Meter, bisschen schade, aber ich meine, auf den Panzern hat man ja auch die 8,8 mit, äh, 2000 Metern, von daher ist das schon okay, wahrscheinlich einfach ein Balancing-Faktor, aber ich hätte mir gewünscht, dass die vielleicht nochmal, was weiß ich, 200 Meter extra, einfach so ein bisschen, ja, in Phase A auch nur eine verfügbar und auch nur mit null Erfahrung, sowas aussieht, ja, selbe, selbe Aufstellmöglichkeiten, wie das Nashorn, sowas aussieht, von daher wahrscheinlich eher für Phase B, wenn nicht sogar für Phase C, ich mag diese kleine Spitzsacke, die vorne noch so dreidimensional draufgeklatscht ist, super cool, okay, da haben wir die Panzerabwehr, ja, gute Kanonen mit dabei, aber die besseren Kanonen sollte man sich wahrscheinlich aufheben, für Phase B oder Phase C, was weiß ich, tut man sich in Phase A dann, was weiß ich, ein Marder 2 oder 2 Marder 2 dahin stellen und dann wartet man mit den 75ern und den 8,8ern dann bis Phase B, Phase C, so, Flugabwehr, wieder nicht so viel dabei, die typischen 20 Millimeter, 37 Millimeter, hier noch den Flak-Vierling, und dann die 8,8 wieder, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die mittlerweile funktioniert, also da hatten wir ja, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel es war, vor zwei Spielen oder vor drei Videos oder sowas, hatten wir die 8,8 ja mitten im Feld stehen und sie hat nichts gemacht, egal ob Flugzeuge, egal ob Bewegungsbefehle, was weiß ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile gefixt ist, gehen wir einfach weiter zur Artillerie und da, was haben wir denn hier, Beobachter wieder mit dabei, Batterieführer, auch, dann wieder die 81 und 120 Millimeter, Mörser, was haben wir denn, Nebelwerfer, uh, hatten wir den bei der anderen, schon, die 150 Millimeter HE, Granaten da rein, 7000 Meter auch, uh, das ist cool, damit kann man was machen, aber wahrscheinlich auch erst in Phase B, ja, Phase A ist immer so doof, dass man da nur einen von hat dann, weiß ich nicht, ja, mal schauen, hm, und dann wieder die 105 und die 150, die hatten wir bei der anderen Division ja auch, die haben uns ja auch in einem Spiel gut geholfen, und dann den Beobachtungsschwemmbargen, finde ich ein bisschen schade, dass er tatsächlich in Sichtweite von seinem Ziel sein muss, aber, ja gut, ist ja nur realistisch, hm, ja, was hat er drauf, also was hat er offenbar 210 Millimeter, ist natürlich cool, dass er über das ganze Feld theoretisch Reichweite hat, aber er muss halt auch sehen können, von daher bin ich da eher ein Fan von den 105 oder 150, von diesen Artilleriestücken, die man tatsächlich auf die Karte stellen kann, ja, ansonsten, was bringt dir das, wenn du den Wagen nach vorne schickst, und dann wird der noch abgeschossen unterwegs, nur weil du, keine Ahnung, die Line of Sight haben musst, oder sowas, und wenn der in Line of Sight kommt, dann ist er höchstwahrscheinlich auch in Schussweite von 2000 Metern, von irgendeinem Panzer, und dann, ja, gut, hm, von daher eher die direkte Artillerie hier, kommen wir zu den Flugzeugen, Aufklärungsflugzeug, nichts besonderes, die Junker 188, mal ein schwerer Bomber tatsächlich, auch als Aufklärungsflugzeug, okay, ja gut, ah, hier unten haben wir sie nochmal als Bomber tatsächlich, na, sag mal, sind das nur 50 Kilo, Kilogramm Bomben, das sind tatsächlich nur 50 Kilogramm Bomben, ha, ah, hier hast du nochmal eine 1000, okay, ja, muss man tatsächlich gucken, ob man sich die, ob man das gegen Panzer, oder gegen Stellung, oder sowas einsetzen will, oder ob man das, ähm, gegen Infanterie, machen möchte, und, ah, das finde ich ein bisschen schade, dass man sich da vor dem Gefecht, quasi schon entscheiden muss, weil, ja, man weiß, man weiß nie wirklich, was einem im Gefecht ein Problem macht, ob da tatsächlich, was weiß ich, auf einmal, fünf Panzer stehen, die man nicht wegbekommt, weil man selbst keine Panzer hat in der Division, oder ob man, irgendwie, einen Wald, einebene, öffnen muss, voller Infanterie, oder sowas, finde ich ein bisschen schade, ja gut, ah, wir haben eine 109 endlich mal im Spiel, schön, eine G8, auch als Aufklärungsvariante, und, dann gucken wir unten runter, die restlichen sind Jäger, eine G6, eine G6, R6, und eine G6, R4, wahrscheinlich einfach nur, ja genau, mit mehr, mit mehr Maschinengewehren, oder sowas, die haben, also die beiden hier, haben die, die Pots unten runter, warte mal, die MG, ah, hier unten sogar, mit den, mit den 30 Millimetern Kanonen, ah cool, das finde ich sehr cool, also hier haben wir tatsächlich, Jagdflugzeuge, die auch gegnerische, russische Jagdflugzeuge, abschießen können, nicht so wie mit der Fockewolf, letztes Mal, und, ähm, bist du schneller, weil ich meine, im Grunde genommen, du hast ja weniger Drag, also, du, bist, ganze, 30 kmh schneller, als du, und du bist ganze 30 kmh schneller, als du, okay, das heißt, ähm, je mehr Bewaffnung, desto, also die stärkere Bewaffnung, desto langsamer, das Flugzeug, ist nur realistisch, mhm, ansonsten, weiß ich gar nicht, ob mir die Division hier so sehr gefällt, also die Infanterie auf kurze Reichweite ist sehr stark, hat aber auch Abzüge in langer Reichweite, hat Abzüge in Flexibilität, Panzer sind quasi nicht vorhanden, Unterstützung ist mäh, Panzerabwehr ist ganz gut, aber erst in Phase B und Phase C, Flugabwehr ist mäh, Artillerie ist okay, nichts Besonderes, Flugzeuge sind, äh, gut, aber ich bin jetzt nicht der Flugzeug-Fan hier in einem Spiel, wo es eigentlich eher um Boden geht, kommen wir noch zur Verteidigung, oh, wir haben neue Verteidigung, was? Okay, Barbed Wire, Bunker mit dem NG43 drin, hatten wir vorher auch schon, Gunpit und Trenches, ha, wir haben jetzt auch Bunker mit Panzerabwehrkanonen drin, das ist mal was Neues, die haben beide auch, ähm, 2000 Meter Reichweite, einmal mit einer 50 Millimeter, einmal mit einer 37 Millimeter, finde ich sehr cool, da kann man, ja, ja, okay, dann, ja, die Division, schwierig, vielleicht im Durchbruchmodus als Verteidiger, dann kannst du hier die vielleicht noch hinstellen, um deine Panzerschwäche auszugleichen, aber ansonsten, ja, wie gesagt, die Division hat mir zu viele Schwächen, persönlich, Panzer ist, wie gesagt, die Schwäche Unterstützung, mäh, mäh, Panzerabwehr in Phase A ist quasi auch nicht vorhanden, Flugabwehr, mäh, ja, hm, mal schauen, mal schauen, also vielleicht bastle ich mir da irgendwas zusammen, aber ich bin bis jetzt noch kein Fan von der Division hier, und dann schauen wir uns noch die 26. Garde, Gewehr-Division an und gucken, ob wir hier irgendwas haben, auch hier wieder sehr viel Infanterie, viel Unterstützung, wenig Panzer, ähnlich, ja, im Grunde genommen sehr ähnlich von der, von der Kartenverfügbarkeit her, hier haben wir so gesehen auch nichts Neues, ist alles ganz gut aussehende Aufklärer, oh, wir haben die ersten Frauen im Spiel, so wie es aussieht, also zumindest vom, es ist ein bisschen schwer zu beurteilen hier, aber es sieht so aus, sollen das hier, ah, nice, sogar mit Sniper, also mit einer Mosin, auch mit Zielfernrohr, habe ich hier noch ein bisschen Russisch gelernt, Sniperi, gut, hätte man sich auch denken können, okay, habe ich jetzt eben gar nicht drauf geachtet, da muss ich nochmal zurückgehen, haben die Deutschen hier auch Scharfschützen? Nope, definitiv nicht, nein, okay, das heißt, wir haben unsere ersten Scharfschützen im Spiel, auf russischer Seite hier, cool zu sehen, also mal gucken, wie die sich dann so im Spiel spielen, aber das hier könnte tatsächlich ein guter Counter gegen die deutsche 78. Sturm sein, weil die Infanterie ja sehr Close-Range ist und hier hast du die Sniper, die dann wirklich auf lange Reichfahrt, je 1000 Meter, meine Güte, die dann da die Infanterie schon rausnehmen können, kommen wir zur Infanterie an sich, NKV, die ist so ein bisschen, ist das die quasi Militärpolizei? Wie gesagt, auf russischer Seite bin ich gar nicht mal so bewandert, was hier die Einheiten an sich angeht, Guardia, Sapere hatten wir alles schon vorher, Komroti auch, Avtomachiki, Komroti-Führer, Guardia hatten wir glaube ich schon, ja, und dann kommen wir hier, Sturmowiki, ist quasi die Sturmabteilung jetzt, okay, mit TNT-Ladung, auch hier mit Maschinenpistolen, ein bisschen weniger Trupps, sie sehen aber so aus, als hätten die Panzerwesten, also, hm, weiß nicht, ob das irgendwas Gameplay-mäßig hilft, aber, es sieht zumindest cool aus, aber ansonsten habt ihr auch nichts wirklich, besonderes an euch, ich meine, ihr habt die mit automatischen Waffen, das nochmal als Sturm-Variante, ah, ihr habt diesmal auch Flammenwerfer mit dabei, ja, cool, dann haben wir jetzt auch auf russischer Seite hier quasi, die Sturmpioniere, Sturmowiki, und, oh, ihr seht sehr bunt aus, holy crap, wie viele sind das in dem Trupp, okay, hier ist wieder mal Masse statt Klasse, so wie es aussieht, was ist das, oh, wir haben 14,5 Millimeter Panzerabwehrgeschütz, also Panzerabwehrgewehr, Panzerabwehrgewehr, was ist denn das für ein Wort, ah, wie das, 500 Meter Reichweite, also quasi, ein bisschen längere Reichweite zur Panzerfaust, aber dann haben die Russen jetzt auch mal eine Möglichkeit, auf, nicht Selbstmorddistanz, gegnerische Panzer rauszunehmen, ja, ganz cool, weiß ich aber nicht, ob die Division dann dem Preis gerechtfertigt ist, ich meine, 40, 40 Punkte ist schon, ist schon nicht wenig, und gibt es auch gar nicht als erfahrene Einheiten, okay, alles klar, sind wahrscheinlich einfach nur so Reservisten, oder zusammengeklöppelt aus irgendwelchen anderen Trupps, und dann hier hast du mal, keine Ahnung, hier hast du ein Panzerabwehrgewehr oder sowas, und dann hast du hier, hast du eine Maschinenpistole, viel Spaß, okay, ähm, ja, weniger interessant, was die Infanterie angeht, als der deutsche Trupp, schauen wir uns mal die Panzer an, damit hat sich die Mehrauswahl, okay, ein KV-1S, oh, okay, ähm, gerade als Infanterieunterstützung, gar nicht mal schlecht, T-34E wieder mit dabei, der KV-1E auch, KV-85, oh, und der Josef Stalin 1, nein, kann man aber nur einen mitnehmen, in Phase A, und erfahren, und ist auch ein Anführer, okay, in Phase A ist er natürlich massiv, ich weiß gar nicht, ob wir in Phase A, überhaupt, auf deutscher Seite Panzer haben, die den frontal durchschlagen können, auf maximale Distanz, also auf nähere Distanz, ja, schon, aber auf 2000 Meter, 170 Millimeter Frontpanzerung, hm, weiß ich gar nicht, also das Ding könnte, kein Transport, das Ding könnte, sehr, ich weiß nicht, ich will es nicht OP nennen, weil dafür habe ich es noch nicht gespielt, aber, es sieht mir sehr, fragwürdig, in Phase B, ja gut, kein Problem, aber in Phase A, und dann noch erfahren, und Anführer, und eine Panzerung, die Gottlike ist, wirklich, hm, okay, die restlichen Panzer sind, ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden, hier, also, gerade als Infanterieunterstützung, auf jeden Fall der deutschen, ähm, der deutschen Division, definitiv überlegen, hier, gerade mit dem, KV 85, hier noch, dem KV 1, dem KV 1 S, Komoroti, und dann auch hier den ganzen T 34, und die sind alle erfahren, ne, ja gut, den KV 1, den kann man, aber gerade hier, hm, also Panzermäßig, definitiv besser aufgestellt, als die 78. Sturm, wie sieht's beim Unterstützungshaus, äh, euch hatten wir schon, 50 mm Mörser, Maxi-Maschinengewehr, SG 43, hatten wir auch alles schon, ja, kennen wir schon, Versorgungstruck, wieder mit dabei, ein OT 34, ist das ein Flammenwerfer, das ist ein Flammenwerfer, super krass für Infanterieunterstützung, mit der normalen 76,2 mm oben drauf, und dann noch dem Flammenwerfer, da haben wir noch mal ein bisschen mehr Panzerunterstützung, die wirklich gut ist, also gerade für, gegen Panzer in Phase A auf jeden Fall, aber ansonsten generell, wegen dem Flammenwerfer, würde ich, würde ich eigentlich in all meine Divisionen mit reinnehmen, wenn ich hier raus eine bauen würde, den würde ich auf jeden Fall mitnehmen, dann die Kommandanten wieder, mit Truck auch wieder mit dabei, und der ISU 152 mit der fetten 152 Marinekanone obendrauf, habe ich letztes Mal gar nicht gespielt, den müsste ich eigentlich mal mit reinnehmen, gerade wo wir mal gesehen haben, was so eine Haubitze alles anrichten kann, gegen Infanterie, ja, das hat, denke ich mal, seine Daseinsberechtigung, okay, das ist die Unterstützung, auf jeden Fall der OT 34 ist es auf jeden Fall wert, die anderen Einheiten kennen wir alle schon, kommen wir zur Panzerabwehr, und da sieht es nicht so gut aus, wie bei der 78. Sturm, wir haben wieder das Panzerabwehrgewehr mit dabei, die 14,5, ist auch, denke ich mal, den Preis wert, 20 Punkte hierfür, dass man sich ein paar davon hinstellen kann, ist es, denke ich mal, auf jeden Fall wert, die 75, äh, die 75, die 45 hier, weiß ich nicht, da hätte ich sogar, ich meine, auf lange Reichweite in Phase A vielleicht, ja, auf jeden Fall, aber ansonsten, weiß ich nicht, da tue ich mir dann in Phase B oder so, lieber hier die 76,2 rein, weil die kann dann auch den richtigen Durchschlag bieten, die 45 hier, maximal 100 Millimeter Durchschlag, da wird es dann in Phase B, Phase C schon eng, aber die 76,2 hier, die schafft das dann auf jeden Fall, und von der SU-85 müssen wir gar nicht reden, die schafft das natürlich auf jeden Fall, in jeder Phase. Gut, Flugabwehr, da sieht es sogar noch schlechter aus, als bei den Deutschen, ja, das, äh, gut, da hat glaube ich, keine der beiden Divisionen, wirklich eine gute Aufstellung, wie sieht es bei der Artillerie aus, auch hier wieder die typischen Sachen mit dabei, die Katusha, natürlich auch wieder, Wow, ich dachte gerade, ich vergucke mich hier, aber, ich sehe tatsächlich richtig, 203 Millimeter und 280 Millimeter, das ist schon ein ganz anderes Kaliber, also, wortwörtlich ein ganz anderes Kaliber, wie viel kann man, okay, hiervon kann man in Phase C maximal 2 nehmen, wie viel hier von Phase C, 4, okay, da hast du ja trotzdem nur, nur in Phase C, eine wunderbare Batterie von, und da kann man sich ja auch mehrere reinstellen hier, ne, da ist ja, sehr viele Artillerie-Slots offen, da bin ich sehr geneigt, da doch wieder eine Spam, einen Spam-Kampfverband draus zu bauen, sehr viel Infanterie, und dann sehr viel von dieser Artillerie, und dann in Phase B, Phase C einfach, super krasse Artillerie reinzuhauen, und dann mit der Infanterie direkt hinterher, also da freue ich mich jetzt schon drauf, gerade auf hier, die 280, ja, bin ich sehr gespannt, so, Flugzeuge, mehr Flugzeuge als die Deutschen, Aufklärungsflugzeug, eine PE-2, ne Jagd-9, ich glaube wir hatten auch in der anderen Division eine Jagd-9 dabei, wir hatten ja auf jeden Fall eine Jagd-1, aber eine Jagd-9 glaube ich auch, eine IL-2 hatten wir auf jeden Fall, Jagd-9B, IL-2 wieder, Streumunition, ah, mit Raketen, ne, was hast du, Bomben, Streumunition, 2,5 Gramm, und wie viel, 96, puh, und mit 520 kmh, da kann man, oh, die ist bestimmt super geil gegen Infanterie, gerade Infanterie im offenen Feld, du holst die rein, super schnell, 520 kmh, und dann einfach 96, 2,5 Bomben, äh, 2,5 Kilogramm Bomben, ja, das kann ich mir vorstellen, okay, dann wieder hier, als, als Bomber-Variante diesmal, mit 100 Kilogramm Bomben, und hier haben wir noch ein, ah, hier haben wir jetzt Raketen, okay, 132 mm Raketen, aber ansonsten keine Bomben, aber nur 10 davon, okay, ja, mal schauen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wo war es jetzt, hier, auf die, auf die Streubomben, das kann ich mir recht süß vorstellen, und hier haben wir natürlich jetzt auch, Panzerabwehrbunker, mit einer, mit einer 14,5 nur, ist quasi das Panzerabwehrgewehr, was da drin steht, nur auf Reifen, und in der Luft, Kamera, ja, das schwebt ein bisschen in der Luft hier gerade, und eine 45, ähm, ja gut, ach, du hast auch nur 35 mm Durchschlag, auf 500 Meter, äh, gut, das ist jetzt nicht so viel, dann würde ich doch lieber sagen, hier die 45 mm, aber dann lieber 100 mm Durchschlag, und davon dann mehrere, ist jetzt die Frage, wenn man sich das hier oben mal anguckt, ich meine, in Phase A kann man das sowieso nur platzieren, null Erfahrung, kriegst du zwei von den Bunkern, ähm, Veteran nenne ich das mal, und Elite nenne ich das, Veteran kriegst du einen, und Elite kriegst du auch nur einen, dann ist jetzt die Frage, wieso man überhaupt einen Veteran nehmen soll, wenn man für den gleichen Preis, für gleiche alles, auch Elite bekommt, naja gut, alles wie gesagt, Bandensee-Sache, ähm, ja, was die beiden, was die beiden, äh, Divisionen hier angeht, Infanterie-mäßig, würde ich sagen, die deutsche Division ist interessanter, Panzer-mäßig ist die russische Division interessanter, wie sie Gameplayweise aussehen, aussehen, das werden wir natürlich noch sehen, vielleicht im nächsten Video schon, wenn ich die Zeit hab, die, äh, zwei Divisionen separat zu erstellen, ansonsten sehen wir erstmal eine, und, ja, ich bin sehr gespannt, wie sie sie spielen, und, dann gehen wir das nächste Mal, nicht auf Orsha North, sondern, auf eine der neuen Karten, und ich würde tatsächlich erstmal Cell ausprobieren, weil das ist eine der kleineren Karten, denn die andere Karte ist nur im Minimal 3 gegen 3 spielbar, ich weiß nicht, ob man die hier rausnehmen kann, aber es ist eine ziemlich große Karte, und ich weiß jetzt nicht, ob ich die alleine bewältigen möchte, und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, und ich baue in der Zwischenzeit noch eine Division zusammen, und dann gucken wir uns die direkt an, und damit bis zum nächsten Mal, ciao.